Der Graf F., die in unvermeidliche Geschäfte in Neapel aufhielten, hatte inzwischen zum zweiten Mal an die Marquise geschrieben und sie aufgefordert, es möchten fremde Umstände eintreten, welche da wollten, ihrer ihm gegebenen stillschweigenden Erklärung getreu zu bleiben. Sobald es ihm geglückt war, seine fernere Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen und es seine übrigen Verhältnisse gestatteten, ging er augenblicklich von Neapel ab und kam auch richtig nur wenige Tage nach der von ihm bestimmten Frist in M. an. Der Kommandant empfing ihn mit einem verlegenen Gesicht, sagte, daß ein notwendiges Geschäft ihn aus dem Hause nötigte und forderte den Forstmeister auf, ihn inzwischen zu unterhalten. Der Forstmeister zog ihn auf sein Zimmer und fragte ihn nach einer kurzen Begrüßung, ob er schon wisse, was ich während seiner Abwesenheit in dem Hause des Kommandanten zugetragen habe. Der Graf antwortete mit einer flüchtigen Blässe, nein. Hierauf unterrichtete ihn der Forstmeister von der Schande, die die Marquise über die Familie gebracht hatte, und gab ihm die Geschichtserzählung dessen, was unsere Leser soeben erfahren haben. Der Graf schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Warum legte man mir so viele Hindernisse in den Weg?« rief er in der Vergessenheit seiner. »Wenn die Vermählung erfolgt wäre, so wäre alle Schmach und jedes Unglück uns erspart.« Der Forstmeister fragte, indem er ihn anglotzte, ob er rasend genug wäre, zu wünschen, mit dieser Nichtswürdigen Vermählt zu sein. Der Graf erwiderte, daß sie mehr wert wäre als die ganze Welt, die sie verachtete, daß ihre Erklärung über ihre Unschuld vollkommenen Glauben bei ihm fände, und daß er noch heute nach V gehen und seinen Antrag bei ihr wiederholen würde. Er ergriff auch sogleich seinen Hut, empfahl sich dem Forstmeister, der ihn für seiner Sinne völlig beraubt hielt, und ging ab. Er bestieg ein Pferd und sprengte nach V hinaus. Als er am Tore abgestiegen war und in den Vorplatz treten wollte, sagte ihm der Türsteher, daß die Frau Marquise keinen Menschen spreche. Der Graf fragte, ob diese für Fremde getroffene Maßregel auch einem Freund des Hauses gelte, worauf jener antwortete, daß er von keiner Ausnahme wisse, und bald darauf auf eine zweideutige Art hinzusetzte, ob er vielleicht der Graf F. wäre? Der Graf erwiderte nach einem forschenden Blick, nein, und äußerte zu seinem bedienten Gewand doch so, daß jener es hören konnte, er werde unter solchen Umständen in einem Gasthofe absteigen und sich bei der Frau Marquise schriftlich anmelden. Sobald er inzwischen dem Türsteher aus den Augen war, bog er um eine Ecke und umschlich die Mauer eines weitläufigen Gartens, der sich hinter dem Hause ausbreitete. Er trat durch eine Pforte, die er offen fand, in den Garten, durchstrich die Gänge desselben und wollte eben die hintere Rampe hinaufsteigen, als er in einer Laube, die zur Seite lag, die Marquise in ihrer lieblichen und geheimnisvollen Gestalt an einem kleinen Tischchen emsig arbeiten sah. Er näherte sich ihr so, daß sie ihn nicht früher erblicken konnte, als bis er am Eingang der Laube drei kleine Schritte von ihren Füßen stand. »Der Graf F.,« sagte die Marquise, als sie die Augen aufschlug, und die Röte der Überraschung überflog ihr Gesicht. Der Graf lächelte, blieb noch eine Zeit lang ohne sich im Eingang zu rühren stehen, setzte sich dann mit so bescheidener Zudringlichkeit, als sie nicht zu erschrecken nötig war, neben ihr nieder und schlug, ehe sie noch in ihrer sonderbaren Lage einen Entschluß gefaßt hatte seinen Arm sanft um ihren Leib. »Von woher, Graf, ist es möglich?«, fragte die Marquise und sah schüchtern vor sich auf die Erde nieder. Der Graf sagte »Von M.« und drückte sie ganz leise an sich, durch eine hintere Pforte, die ich offen fand. Ich glaubte, auf ihre Verzeihung rechnen zu dürfen, und trat ein. »Hat man Ihnen denn in M. nicht gesagt?«, fragte sie und rührte noch kein Glied in seinen Armen. »Alles, geliebte Frau,« versetzte der Graf, »doch von ihrer Unschuld völlig überzeugt. Wie?«, rief die Marquise, indem sie aufstand und sich loswickelte, »und Sie kommen gleichwohl!« »Der Welt zum Trotz«, fuhr er fort, indem er sie festhielt, »und ihrer Familie zum Trotz und dieser lieblichen Erscheinung sogar zum Trotz«, wobei er einen glühenden Kuss auf ihre Brust drückte. »Hinweg!«, rief die Marquise. »So überzeugt«, sagte er, »Julietta, als ob ich allwissend wäre, als ob meine Seele in deiner Brust wohnte,« die Marquise rief. »Lassen Sie mich!« »Ich komme«, schloß er und ließ sie nicht, »meinen Antrag zu wiederholen und das Los der Seligen, wenn Sie mich erhören wollen, von Ihrer Hand zu empfangen.« »Lassen Sie mich augenblicklich«, rief die Marquise. »Ich hören«, rief die Marquise und wandte sich und wich ihm aus. »Ein einziges heimliches Geflüstertes«, sagte der Graf und griff hastig nach ihrem glatten, ihm entschlüpfenden Arm. »Ich will nichts wissen«, versetzte die Marquise, stieß ihn heftig vor die Brust zurück, eilte auf die Rampe und verschwand. Er war schon halb auf die Rampe gekommen, um sich es koste, was es wolle, bei ihr Gehör zu verschaffen, als die Tür vor ihm zuflog und der Riegel heftig mit verstörter Beeiferung vor seinen Schritten zu rasselte. Unschlüssig einen Augenblick, was unter solchen Umständen zu tun sei, stand er und überlegte, ob er durch ein zur Seite offenstehendes Fenster einsteigen und seinen Zweck, bis er ihn erreicht, verfolgen solle. Doch so schwer es ihm auch in jedem Sinne war, umzukehren. Diesmal schien es die Notwendigkeit zu erfordern, und girmig erbittert über sich, daß er sie aus seinen Armen gelassen hatte, schlich er die Rampe hinab und verließ den Garten, um seine Pferde aufzusuchen. Er fühlte, daß der Versuch, sich an ihrem Busen zu erklären, für immer fehlgeschlagen sei, und ritt schrittweise, indem er einen Brief überlegte, den er jetzt zu schreiben verdammt war, nach M. zurück. Abends, da er sich in der übelsten Laune von der Welt bei einer öffentlichen Tafel eingefunden hatte, traf er den Forstmeister an, der ihn auch sogleich befragte, ob er seinen Antrag in V glücklich angebracht habe. Der Graf antwortete kurz Nein und war sehr gestimmt, ihn mit einer bitteren Wendung abzufertigen. Doch um der Höflichkeit ein Genüge zu tun, setzte er nach einer Weile hinzu, er habe sich entschlossen, sich schriftlich an sie zu wenden und werde damit in kurzem ins Reine sein. Der Forstmeister sagte, er sehe mit Bedauern, daß seine Leidenschaft für die Marquise ihn seiner Sinne beraube. Er müsse ihm inzwischen versichern, daß sie bereits auf dem Wege sei, eine andere Wahl zu treffen. Klingelte nach den neuesten Zeitungen und gab ihm das Blatt, in welchem die Aufforderung derselben an den Vater ihres Kindes eingerückt war. Der Graf durchlief, indem ihm das Blut ins Gesicht schoß, die Schrift. Ein Wechsel von Gefühlen durchkreuzte ihn. Der Forstmeister fragte, ob er nicht glaube, daß die Person, die die Frau Marquise suche, sich finden werde. »Unzweifelhaft«, versetzte der Graf, indessen er mit ganzer Seele über dem Papier lag und den Sinn desselben gierig verschlang. Darauf, nachdem er einen Augenblick, während er das Blatt zusammenlegte, an das Fenster getreten war, sagte er, »Nun ist es gut. Nun weiß ich, was ich zu tun habe.« Kehrte sich so dann um und fragte den Forstmeister noch auf eine verbindliche Art, ob man ihn bald wiedersehen werde, empfahl sich ihm und ging völlig ausgesöhnt mit seinem Schicksal fort.